Bei QNAT war ich mein Gast und bin inzwischen längst Reisebüro, deshalb kriege ich aber beides geschickt und dann gleich zweimal. Hallo, was haben wir hier? Frühbucherpreise noch bis 30. November, das heißt, Sie müssten sich relativ zügig entscheiden, wenn Sie diesen Frühbucherrabatt zur Weihnachtszeit sich oder Ihren Partner, Partnerin gönnen möchten, Ihre Traumreise mit QNAT buchen möchten. Da gibt es zum Beispiel Angebote hier, bis zum 30. November haben Sie die Gelegenheit, ausgewählte Reisen mit einer Ermäßigung zu buchen. So, da haben wir attraktive Frühbucherpreise und zwar Sommer 25, eine Kreuzfahrt mit der Queen Victoria in Italien und Frankreich, Premium Frühbucherpreis, steht hier an, was da alles beinhaltet. Dann gibt es eine beeindruckende Alaska-Reise zu den majestätischen Fjorden und Gletschern im November nächsten Jahres, also 2025, fünf traumhafte Karibikinseln laden zum Entspannen ein. Und wenn Sie das buchen möchten, wenn Sie das interessiert, erst mal rufen Sie mich gerne an für ein Buchungsgespräch. Hier sind auch noch mal Mails, eine nach der anderen, auch, wie gesagt, für mich als Gast und für mich als Reiswoord doppelt hält besser. Ich kann nicht jeden Newsletter lesen, insofern freue ich mich sehr, wenn ich alles doppelt erhalte. Dann kann ich die wichtigste Information zusammenfassen und Ihnen weitergehen, damit Sie Ihre QNAT-Reise bei mir buchen können bis zum 30. November. Da gibt es auf einige Reisen 15% Ersparnis. Heute ist der 12. November. Schließen Sie mich gerne an, wenn Sie grundsätzlich Interesse haben und Lust haben, eine Reise mit einer der vier QNAT-Queens zu machen. Ich freue mich auf Ihren Kontakt bzw. Ihre Kontaktaufnahme. Ich freue mich auf Ihren Kontakt.